Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, dieses Mal schaue ich mir Proxmox 7.3 an und das Ganze mit ZFS, also nicht die Standard-Dateisysteme, was wir normalerweise dabei haben, also Xt4, sondern ZFS, ein sehr hochgelobtes Dateisystem, was sich besonders gut für RAID-Systeme eignen soll. Das gucke ich mir jetzt mal an und so ein paar Grundlagen erzähle ich dazu auch noch. Proxmox, was ist das überhaupt für diejenigen von euch, die es noch nicht kennen? Es ist erstmal eine Virtualisierungslösung auf Basis von Debian, Debian 11 aktuell. Das Ganze könnt ihr von dieser Seite als ISO-Image runterladen, also das könnt ihr direkt auf dem blanken Rechner installieren oder wie ich das gleich machen werde in VirtualBox, was an sich nicht viel Sinn ergibt, aber was sich einfacher zeigen lässt. Dann haben wir zwei verschiedene Virtualisierungslösungen integriert, also KVM, die Kernel-Based Virtual Machine, die virtualisiert quasi vollständig, also die bildet einen kompletten Rechner nach, sodass man dann ein x-beliebiges Betriebssystem installieren kann. Und dann haben wir noch LXC, die Linux-Container, da kann man in einem Container, ja, Verschiedenes installieren. Also es gibt vorgefertigte Templates für Debian, für Ubuntu, für einmal Linux und Co. Und von diesen Basis-Systemen kann man denn weitere, ja, Modifikationen machen, kann da Software installieren und so weiter. Aber man kann sich halt nicht komplett ein System aussuchen, weil bei LXC verwenden diese Container denselben Kernel wie das Host-System auch. Also ich bin da an Linux gebunden, ich kann jetzt kein Windows installieren oder ein BSD oder sonst was. Also das muss schon Linux sein und mit diesen vorgefertigten Templates kann ich da eine Menge schon machen. Aber wenn das zu wenig ist, braucht die eventuell KVM als Vollvirtualisierung. Und zusätzlich hat es eben noch ZFS direkt eingebaut. Ja, ZFS ist so ein, für meine Sicht, Zauber-Dateisystem, was alles Mögliche irgendwie kann und das wohl sehr zuverlässig funktionieren soll. Ich habe es selten bis nie irgendwo im Einsatz verwendet, aber Leute, die es benutzen, finden es ganz toll. Und es klingt von den Features her auch ganz super. Und das gucken wir uns gleich mal ein bisschen an. Dann zum Thema LXC habe ich auch schon mal ein bisschen was gemacht. Also in den Folien findet ihr denn diese einzelnen Einträge und da sind Links dahinter. Guckt euch die Folien an, wenn ihr noch ein bisschen mehr zum Thema LXC haben wollt. Wobei ich das auf einem Raspberry Pi gemacht habe. Ist hochinteressant, wie gut das funktioniert. Also von daher, guckt da mal rein. Und in einer Live-Sendung haben Micha und ich auch uns mal eine ältere Proxmox-Version angeguckt. Also die 7.2. Da haben wir auch die Oberfläche ein bisschen vorgestellt und sowas gemacht. Das mache ich dieses Mal nicht. Also ich konzentriere mich sehr stark auf diesen ZFS-Teil, der mich interessiert, der für mich auch quasi noch neu ist, obwohl ich das schon mal durchgespielt habe. Also der ist quasi noch neu für mich. Das interessiert mich. Und nicht so ein Durchklicken durch die Oberfläche, was ja wirklich sehr, sehr viele Leute auch schon gemacht haben. Das spare ich mir. Also wenn ihr das noch mal sehen möchtet, guckt entweder dieses Video von dem Mitschnitt oder irgendwas anderes. Es gibt so viele Videos dazu. Das brauche ich nicht extra noch mal zu machen. Ja, dann habe ich mal geguckt, warum ZFS so toll ist bzw. sein soll. Ich habe die Fakten nicht überprüft. Also ich habe das nicht ausprobiert. Ich habe mich da jetzt an die Seite, die Proxmox selbst hat, die Wiki-Seite gehalten und habe das mehr oder weniger mal so übernommen. Das teilt sich auch ungefähr mit dem, was mir andere Leute zu ZFS erzählt haben. Von daher denke ich mal, hat das Ganze Hand und Fuß. Aber ich habe jetzt keine Einzeltests zu diesen, jenen und welchen Featuren gemacht. Und kann nicht sagen, ob das wirklich super funktioniert, ob das irgendwie Performance-Probleme gibt oder sonstige Probleme. Ich weiß es nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Also erstmal, womit Proxmox wirbt? Eine einfache Konfiguration und Verwaltung über die Proxmox Web-Oberfläche oder die Kommandozeile. Also mit der Oberfläche habe ich schon gearbeitet, mit der Kommandozeile nicht wirklich. Die Oberfläche ist wirklich toll gemacht. Was die da alles reingesteckt haben, damit diese einzelnen Komponenten wie LXC-Container, KVM und so in einer Web-Oberfläche zusammengefasst sind und sich einfach bedienen lassen, ist wirklich ein super Job, den die da hingelegt haben. Und dann von da ab wieder zum ZFS. Also das gilt als besonders zuverlässig, hat einen Schutz vor Datenverfälschung und überprüft auch kontinuierlich die Integrität. Also BitRot soll da irgendwie nicht vorkommen. Das soll sich denn auch wieder selbst heilen. Ja, ich denke mal, da ist was dran. Aber wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Dann haben wir ein Copy-on-Write-System. Da werden ja quasi Hardlinks auf identische Daten gesetzt, solange da noch keine Änderungen vorgenommen wurden. Wenn ich jetzt eine Datei kopiere, also so CP A zu B mache, da wird quasi bloß ein Hardlink angelegt. Und die Daten, die diese Datei enthält, die werden nicht dupliziert. Wenn ich jetzt in die neue Datei oder die alte Datei was dazuschreibe oder eine Änderung mache, erst dann wird ja quasi so eine Art Fork von der Datei angelegt und das abgelegt. Das ist dieses Copy-on-Write-System. Dann haben wir Datenkompressionen direkt auf Dateisystem-Ebene. Das haben andere Dateisysteme auch mit drin, aber das ist da auch mit bei. Dann haben wir Snapshots, was normalerweise bei anderen Dateisystemen, mal abgesehen von ButterFS, über LVM zum Beispiel realisierbar ist. Das ist dort schon mit drin, genauso wie die Rate-Funktionalität in verschiedenen Rate-Leveln. Die gibt es ja also quasi einmal mit Standard hier, Rate 0, Rate 1, Rate 1, 0 und dann gibt es hier diese Spezialvarianten, wo noch ein Z mit bei ist. Die sind für ZFS. Dort gibt es verschiedene Rate-Levels, die direkt in dem ZFS mit drin sind. Ich brauche dort also kein MDM, um ein Software-Ray zu bauen. Das ist dort auch schon mit drin. Zusätzlich kann eine SSD noch als Cage verwendet werden. Also wenn ich jetzt einen Verbund aus mehreren rotierenden Hard-Disc, also Festplatten im herkömmlichen Sinne habe, dann kann ich noch eine SSD mit dazu bauen, die erstmal Zwischenpuffer bei Schreiboperationen und wahrscheinlich auch bei Leseoperationen benutzt wird, sodass das Ganze nochmal deutlich schneller ist. Das Ganze wurde für hohe Speicherkapazitäten entwickelt, also für Rechenzentren letztendlich. Also nicht so unbedingt das, was ihr jetzt im Haus bei euch rumliegen habt. Also das ist für deutlich höhere Speicherkapazitäten einfach entworfen worden. Dann gibt es auch noch asynchrone Replikationen über das Netzwerk, sodass man von dem einen Rechenzentrum ins andere wohl relativ einfach das replizieren kann. Klingt erstmal cool. Habe ich auch nicht ausprobiert. Das Ganze ist Open Source, leider unter einer Lizenz, die höchstwahrscheinlich nicht kompatibel ist zur GPL 2, also die Lizenz, die vom Linux-Kernel verwendet wird. Da kommt es wiederum darauf an, wem man denn da fragt. Also die einen sagen, ja, den Code von ZFS dürfte man in die Linux-Kernel als Modul mit einbringen. Die anderen sagen, nein, das geht nicht. Canonical sieht das eher entspannt. Andere sehen das als, ja, ein Problem. Also von daher lässt sich das nicht so einfach integrieren. Proxmox hat das irgendwie so akzeptiert. Das scheint für die okay zu sein. Dann haben wir auch noch als zusätzliche Funktionen, dass man das Dateisystem direkt verschlüsseln kann. Auch wiederum über ZFS. Also das ist da alles mit drin. Dann habe ich noch mal ein bisschen zu diesen RAID Z minus irgendwas Version geguckt. Also diesen speziellen RAID Leveln für ZFS. Was die überhaupt machen, da habe ich mir insbesondere dieses 1er und das 2er RAID Z angeschaut, was die so machen. Erstmal grundlegend das Lesen von Medien. Ich habe es jetzt mal Medien gedannt, weil man sowohl SSDs als auch Festplatten da zusammenfassen kann. Da kann man von zwei Medien parallel lesen und dann wird es vielleicht schneller. Also wenn jetzt die Köpfe, die auf den Festplatten die Position, das ist so ähnlich wie so ein Schallplattenspieler, falls den noch jemand kennt. Da wackeln so Köpfe hin und her, um die Position mit den Daten zu finden. Und diese Bewegung ist halt bloß endlich schnell, bis die den richtigen Sektor gefunden haben. Von daher, wenn man jetzt zwei Festplatten parallel betreibt, von denen diese Daten gelesen werden können, ist das höchstwahrscheinlich schneller. Bei SSDs kommt es wiederum darauf an, was man hat. Vielleicht ist das einfach überhaupt nicht der Flaschenhals an der Stelle, sodass es dann auch nicht schneller wird. Das Schreiben hingegen, das kann langsamer sein, denn es müssen Daten berechnet werden. Also vor dem Schreiben auf mehrere Festplatten oder SSDs, da werden Paritätsdaten berechnet. Wenn jetzt die CPU der Flaschenhals ist, dass diese Daten überhaupt nicht schnell genug berechnet werden können, ist das Schreiben schon mal langsamer. Im besseren Fall ist das Ganze so schnell wie das Schreiben auf ein Einzelmedium, aber das kommt eben sehr aufs System drauf an. Die Schreiboperationen können durch eine SSD, wie wir das schon mal am Anfang hatten, beschleunigt werden, indem die Daten da einfach mal zwischengepuffert werden. Und wenn im System nicht mehr so viel los ist, wird das denn im Hintergrund auf die wirklichen Platten von diesem RAID-Verbund geschrieben. Also die Tendenz beim Schreiben ist eher langsamer. Die Tendenz zum normalen System mit einer Platte oder SSD ist dort beim Lesen eher schneller. Aber das sind bloß Tendenzen. Das kommt wirklich sehr stark auf das System drauf an, wo der Flaschenhals sitzt. Dann habe ich mir hier das RAID Z1 angeguckt. Das ist eine Abwandlung von so einem RAID 5 System. Es sichert ab gegen den Ausfall eines Speichermediums. Wenn ihr jetzt drei Platten drin habt, dann kann einer ausfallen, ohne dass ihr einen Datenverlust habt. Der Gesamtspeicher, den ihr zur Verfügung habt, ist dann auch minus ein Medium. Also wenn ihr jetzt dreimal ein Terabyte habt, könnt ihr hinterher bloß zwei Terabyte benutzen. Bei dem RAID Z2 ist es so ähnlich wie ein RAID 6. Da habt ihr die Absicherung gegen den Ausfall von zwei Speichermedien. Also bei vier Festplatten können zwei ausfallen, ohne dass ihr einen Datenverlust habt. Und dementsprechend durch die Redundanz fehlen euch auch zwei Medien. Von vier Terabyte, wenn jede Platte bloß eins hat, habt ihr bloß noch zwei Terabyte als Kapazität übrig. Ja, also Redundanz schafft Redundanz und verringert natürlich den vorhandenen Speicherplatz. Mehr Infos könnt ihr bei Thomas Krenn gucken in dem Wiki. Da ist das ganz gut beschrieben. Also da sind auch noch andere RAID Level drin. Und Infos zu ZFS findet ihr ganz allgemein hier unter dem Wikipedia-Artikel. Guckt da einfach mal rein, wenn ihr das noch ganz genau wissen wollt. Ja, damit wir uns das Ganze mal ein bisschen angucken können, brauchen wir erstmal eine neue virtuelle Maschine. Normalerweise würdet ihr das natürlich nicht in VirtualBox machen, sondern direkt auf dem Blech installieren. Aber dass ich das mal zeigen kann, ist natürlich einfacher, das hier rüber zu machen. Also ich lege erstmal eine neue virtuelle Maschine an, die ich dann erstmal so benenne. Das Ganze ist ein Linux-System und das ist ein Debian 11 Bullseye in 64-Bit. Dann Arbeitsspeicher. Dem würde ich jetzt einfach mal 8 GB geben. Dann CPUs, ja, ach, nehmt 4 dabei. Das könnt ihr je nach eurem System natürlich irgendwie anpassen. Also im grünen Bereich sollte es schon sein. Das sind die wirklich vorhandenen Hardware-Kerne auf eurem System. Also nicht über Hyperthreading oder wie auch immer es in eurem System heißt, sondern die wirklich vorhanden sind. Mehr würde ich da eigentlich auch erstmal nicht nehmen. Dann die Festplatte. Da brauchen wir ja gleich mehrere Festplatten. Die werde ich alle mit 25 GB anlegen. Wobei ich die so einstelle, dass die wachsen um den, ja, wirklich gespeicherten Dateninhalt. Also die sind quasi erstmal null auf eurer physikalischen Platte groß und wachsen dann mit dem Inhalt, den ich da rein speichere. So, jetzt habe ich hier meine virtuelle Maschine. Da ist allerdings erstmal ja bloß diese eine virtuelle Festplatte drin, die ich gerade über diesen Dialog angelegt habe. Wir brauchen allerdings ja noch ein paar mehr. Also wir brauchen noch drei dazu. Da nehme ich hier den, wie heißt er denn, virtuelle Medien. Und dort habe ich die virtuellen Platten von verschiedenen Systemen drin. Dann habe ich hier meine Proxmox 7.3 VDI. Das ist diese Basis, virtuelle Festplatte, die ich angelegt habe. Und dann gehe ich hier oben auf Kopieren. Da ist im Moment ja noch quasi nichts drauf. Das ist auch ein guter Start dafür, wenn das Installationsprogramm von Proxmox dann das RAID anlegt. Also dort sollten keine Daten drauf sein. Ansonsten wäre es auch irgendwie schon Datenverschwendung, wenn wir da schon irgendwas drin hätten, weil es ja gleich e-formatiert und eingerichtet wird. Genau, also ich möchte hier ein VDI VirtualBox Disk Image haben. Dann volle Größe im Voraus alloziieren. Das möchte ich nicht haben. Also ich möchte es dynamisch wachsend haben, wie ich schon erklärt hatte. Und dann einmal hier vorwärts. Und dann brauche ich noch einen Namen für diese neue VDI-Datei. Die heißt denn, ich nenne die jetzt mal R2 für RAID 2. So, jetzt habe ich die hier drin. Dann mache ich dasselbe jetzt nochmal. Geht auch mit Rechtsklick, Kopieren. Und dann R3. So, und als letztes haben wir dann hier nochmal sowas. Ihr könnt es wahrscheinlich schon erahnen, was denn hier jetzt hinkommt. Und jetzt haben wir hier unsere vier Platten. Also die Originalplatte quasi. Und noch drei Klone dazu. Dann gehe ich wieder auf meine virtuelle Maschine hier drauf. Und dann hier Massenspeicher. Und dann kann ich hier weitere hinzufügen. Da gehe ich denn hier unten auf, nein, da gehe ich hier oben auf Festplatte hinzufügen. Und wähle denn hier R2 aus. Dann R3 und R4. So, jetzt habe ich hier ein System mit vier Festplatten drin. Und das können wir jetzt gleich starten. Mal gucken, ob der Download schon fertig ist. Ja. Der Download ist schon fertig. Jetzt kann ich wirklich hier einmal starten. Gehe einfach auf Start drauf. Und dann werde ich gleich gefragt, welches Boot-Medium ich da haben möchte. Das sieht jetzt auch schon wieder irgendwie anders aus. Also die spielen gerne mal in Dialogen rum. Wähle jetzt hier das Proxmox VE 73 ISO aus. Und einbinden und Startvorgang wiederholen. Das sieht, haben sie auch wieder irgendwie umgebaut. Naja, genau. So, dann haben wir erstmal hier den Proxmox Installationsdialog. Einmal hier, bitte volle Größe. Und ja, normalerweise mache ich hier Install Proxmox VE ohne irgendwelche Anpassungen. Dann startet das Ganze. Also so ein Standard-Linux-Boot-Vorgang. Jetzt versucht er hier bei DHCP eine IP-Adresse zu ziehen. Da ich den NAT-Modus von VirtualBox verwende, funktioniert das eben auch. Ich kriege... Gut, sowas kann dann auch passieren. Dann muss ich gleich noch eine Option bei VirtualBox setzen. Also einmal hier die VM wieder ausmachen. Und was noch fehlt ist, und da System fällt das, glaube ich, da Prozessor. Da brauche ich hier PAENX und ich glaube, das hier... Also ich glaube, das... Nee, also ich brauche bloß das hier. Also Virtualisierung in der Virtualisierung kann ich auch machen, muss ich aber diese Optionen ersetzen. Und weil ich jetzt eh schon mal an dieser Stelle bin, setze ich jetzt das Netzwerk noch von dem NAT auf Netzwerk. Netzwerkbrücke um, damit sich diese virtuelle Maschine innerhalb von meinem Netzwerk auch wie normaler Rechner verhält. Das macht es gleich ein bisschen einfacher. Wenn ich denn auf die Kommandozeile gehe, dann kann ich euch das einfacher zeigen. Aber je nachdem, was ihr vorhabt, macht das so oder so. Normalerweise werdet ihr es eher so nicht machen. Also Proxmox in Virtualbox ist eher ungewöhnlich. Und ja, also normalerweise macht das auch keinen Sinn. Okay, so. Dann hier auf OK klicken. Nochmal starten. Mal gucken, ob ihr jetzt da die Boot-CD noch drin habt. Hat er sogar. Sehr schön. Wieder Install Proxmox VE. Okay, dann haben wir wieder diesen Boot-Vorgang. Nichts großartig Kompliziertes. Jetzt dauert das hier entsprechend länger, weil er versucht, über den DHCP-Server eine Information zu ziehen, wie die IP-Adresse und das Gateway zu setzen sind. Und das funktioniert halt nicht, weil ich das in meinem Testnetz nicht drin habe. Ich werde gleich die IP-Adresse per Hand vergeben. Ja, dann haben wir hier so einen Lizenz-Text. Lest euch das durch. Wenn ihr das genauer wissen wollt, sollte man natürlich auf jeden Fall machen. Dann stimme ich dem zu. Dann habe ich hier unten die verschiedenen Ziel-Festplatten, auf denen ich das installieren könnte. Aber ich möchte ja nicht bloß eine verwenden. Ich möchte das ein bisschen komplizierter haben. Also gehe ich hier auf Options und von X4 gehe ich auf, ich nehme denn mal RAID Z2. Und da brauche ich auch wirklich vier einzelne Platten, sonst geht das Ganze nicht. Und die werden auch schon alle vorgewählt, weil es sind ja exakt vier. Und dann kann ich das gleich darauf installieren. Zusätzlich kann ich natürlich hier nochmal gucken, was es für weitere Einstellungen gibt. Da kann ich zum Beispiel hier Kompression an- und ausstellen oder auch verschiedene Varianten von der Kompression wählen. Schecksummen kann ich auch an-, aus- bzw. verschiedene Algorithmen wählen, die Schecksummen berechnen. Und bei den Kopien kann ich sogar hier auf drei hochgehen. Ach so, okay. Also wie hier steht, das ist nochmal eine zusätzliche Redundanz auf diese RAID-Funktionalität oben drauf. Ja, aber ich denke mal, das brauchen wir insofern erstmal nicht. Also ich würde mich da auf das RAID erstmal so verlassen. Wenn es vielleicht noch wichtiger ist, dass die Daten erhalten bleiben, könnte man das jetzt hier nochmal hochdrehen. Genau. Und die Größe, das sind diese 25 GB, die ich vergeben habe, die sollte man eigentlich auch komplett nutzen. Alles andere wäre irgendwie auch, weiß ich nicht, warum man das braucht. Also damit bin ich eigentlich zufrieden mit diesen Einstellungen, die schon mal vorgegeben sind. Die lasse ich so. Aber gut, dass wir uns das Ganze mal angeguckt haben. Dann nächster Schritt. Wie, ja, wo befinde ich mich? Welches Land? Ach so, hier muss ich dann wahrscheinlich Germany eingeben. Dann, ja, Europa, Berlin als Zeitzone. Tastaturlayout, ja, für Deutschland. Also Next. Next. Dann ein Passwort. Ihr verwendet bitte ein sicheres Passwort für Produktivsysteme. Hier ist das ein Spielpasswort. Die vor allem wird hinterher auch vernichtet. Also von daher ist es egal. Aber für Produktivsysteme braucht ihr dann auch was Richtiges. Ja, die E-Mail-Adresse brauchen wir für, ja, das Zusenden von wichtigen Nachrichten. Also irgendwelche Alarme oder so. Das sollte funktionieren. Aber da ich auch kein Mail-Server hier drin habe und so weiter, ist das eigentlich egal. Ich glaube, damit ist er zufrieden, wenn ich sowas eingehe. Ach nein, muss natürlich ein Punkt sein. Damit ist er, glaube ich, zufrieden und akzeptiert diese Eingabe. Da werden natürlich niemals Mails hingeschickt. Aber dann geht der Installer weiter. Genauso wie hier einen Hostnamen brauche ich einen Fully Qualified Domain Name, den ich eigentlich auch nicht benutzen möchte. Denn intern möchte ich, dass ich bloß per IP darauf zugreifen kann. Also ich habe jetzt hier keinen Free-IPA oder so irgendwas, womit ich die Maschinen managen könnte. Also von daher brauche ich das so nicht direkt. Dann als einziges Interface, über das ich auf die Oberfläche zugreifen kann, ist eben diese einzige Netzwerkschnittstelle, die ich drin habe. Hat hier auch diese MAC-Adresse. Und dann möchte ich das Proxmox in meinem Testnetzwerk mit einbauen. Wir haben jetzt hier die Version 7.3 von Proxmox. Also stelle ich es auf 73, dann finde ich es leichter wieder. Und mein Gateway ist die 5. DNS-Server scheint intern zu funktionieren. Also bleibt es bei Localhost. Dann habe ich hier nochmal einen Überblick über das, was ich dort eingerichtet habe. Mit den IP-Adressen, mit dem RAID-Verbund, hier in meinem RAID-Set 2. Und sage jetzt Install. Dann werden hier Partitionen angelegt. Und ja, da wird dann von der CD, von der virtuellen CD, die Software aufgespielt, sodass das Ganze bootfähig ist. Und dann gibt es hinterher Neustart. Und dann funktioniert das hoffentlich alles. Und das sehen wir dann gleich. Das, was ihr jetzt nicht gesehen habt, also Partitionieren, Formatieren, diesen ZFS-Pool anlegen. Das hat ungefähr so zwei Minuten gedauert. Oder, ne, wahrscheinlich sogar weniger. Sagen wir mal eine Minute. Und jetzt geht es an das Installieren von dem Proxmox, also dem Debian-Basis-System. Da werden jetzt Debian-Pakete, also die mit dem .deb-Impact-Office-Ziel-System, dann werden die noch eingerichtet. Und dann hinterher ist das Ganze wahrscheinlich komplett bootfähig. Und dann können wir es auch benutzen. So, ungefähr gefühlt zwei Minuten später sind wir auch durch. Das System bootet jetzt automatisch von dem installierten System, was wir haben. Und, ja, da gucken wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf. Aber, achso, müssen wir vielleicht nicht die CD aus. Das können andere Installer auch besser. Also, da habe ich hier rausgeworfen. Und jetzt nochmal Neustart. Ja, genau. Also, der Grub, wie man ihn von Debian ja auch kennt. Und jetzt die Boot-Sequenz hier von der Festplatte. Also, da sieht man, wenn der Color grün blinkt, dann wird gelesen von einer Festplatte oder mehreren. Und rot bedeutet schreiben. Genau, mehr sehen wir an dieser Stelle auch nicht. Wir haben jetzt allerdings eine neue IP-Adresse, auf die wir zugreifen können. Also, die 73, die ich eingegeben habe. Und den Port 8006. Da ist die Web-Oberfläche. Nachdem ich jetzt die Webseite geöffnet habe, also wichtig ist, dass ich meine IP-Adresse und den Port eingebe. und dafür ein HTTPS setze, dann bekomme ich erstmal hier einen Zertifikatsfehler. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Denn Proxmox generiert ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat. Das wird also von keinem Browser als gültig erkannt, weil diese Zertifizierungsstelle, die in Proxmox drin ist, von keinem akzeptiert wird. Das ist vollkommen in Ordnung und normal an dieser Stelle. Also, das kommt bei solchen Systemen prinzipbedingt eigentlich immer vor. Es sei denn, ihr habt so eine Zertifizierungsstelle wie so ein FreeIPA, was das in eurem Netzwerk macht. Denn so ein Proxmox werdet ihr höchstwahrscheinlich hoffentlich nicht nach draußen freigeben, so dass man sich dort ein SSL-Zertifikat über Let's Encrypt holen könnte. Also, das ist in Ordnung. Das soll auch so. Da gehen wir hier auf Erweitert. Das ist jetzt von einem Chromium-Webbrowser. Je nachdem, bei Firefox sieht es ein bisschen anders aus. Die Meldungen sind natürlich anders. Aber von der ATS ist es genau dasselbe. Dann nehme ich jetzt hier weiter zu. Ja, der IP-Adresse, unsicher. Bei euch wird was anderes stehen. Aber ihr seid gewarnt und könnt das dann auch richtig einschätzen. Ja, dann nehme ich hier natürlich Deutsch erstmal als Sprache. Und der Benutzer, ich glaube, Root ist das standardmäßig. Denn mein super sicheres Passwort. Genau, ich habe keine Subscription dafür. Also, ich bekomme mir keine Updates dafür. Es gibt auch eine Möglichkeit, das so umzubauen, dass ihr auch, wenn ihr keine Subscription habt, die ihr Updates bekommt, die ihr allerdings weniger gut getestet sind. Also, bei einigen Systemen habe ich das auch so gemacht. Habe ich das umgestellt. Habe bis jetzt keine Probleme damit gehabt. Aber wie auch immer, wenn ihr jetzt wirklich betreiben wollt, dann holt euch so eine Subscription. Das kostet einen Betrag X im Jahr. Wenn ihr eine Firma seid, ist das, denke ich mal, gut investiertes Geld. Und es kommt auch der Entwicklung von Proxmox zugute. Ja, wieder zum Thema hier ZFS. Ich sehe hier schon, ich habe hier meinen ZFS Pool, von denen insgesamt, was habe ich hier? Ich habe vier mal, ich habe vier mal 25 GB zur Verfügung. Da habe ich für den Pool jetzt ungefähr ganz grob gepeilt 50 GB zur Verfügung. Und dann habe ich hier nochmal Local. Da habe ich auch nochmal 50 GB. Das teilt sich bei Proxmox so ein bisschen auf. Innen hier, das ist der Bereich für die ISO-Images, für Container-Templates, für Backups. Das wird auf dem Speicherbereich hier abgelegt. Und dann habe ich hier diesen Bereich. Da werden die Container und Disk-Images angelegt. Also die virtuellen Festplatten für die virtuellen Maschinen, die ihr wirklich verwendet. Ja, und jetzt grob gepeilt, da sind wir eigentlich denn insgesamt bei 100 GB. Also ich hätte jetzt anhand von dieser Information auf weniger getippt, dass wir da 25 Uhr, beziehungsweise ich habe ja dieses RAID-Set 2 gewählt, da hätte ich ja sogar zwei Platten in der Redundanz verlieren müssen. Und das finde ich erstmal komisch. Also da hätte ich eher auf die Hälfte jeweils getippt. Hm. Okay, gut. Es sei denn erstmal so, wie es ist. Ja, ich wollte mir nochmal ein paar Sachen angucken. Ich habe jetzt zwar ein Z2 RAID angelegt, aber von der Sache her ist es ja egal, für das, was ich mir angucken wollte. Ich wollte mir einmal angucken über PARTED. Das ist so ein Partitionierungsprogramm auf der Kommandozeile, wie überhaupt die Partitionierung aussieht. Also wie die einzelnen Partitionen auf den verschiedenen Festplatten angelegt wurden. Dann gibt es hier den ZFS Pool. Das ist ein Kommando, mit dem ich über diese Pools Informationen herausfinden kann. Gucken wir uns auch gleich nochmal kurz an. Und die Subvolumes von ZFS kann man sich so anzeigen lassen. Und dann gibt es noch viel, viel mehr Informationen über ZFS, über den ganzen Verbund. Gucken wir auch gleich nochmal kurz rein. Ja, jetzt möchte ich mir nochmal die Sachen, die ich gerade eben gezeigt habe, einmal auf der Kommandozeile direkt angucken. Ich kann mich auf dem System mit SSH als Root anmelden. Das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise ist sowas blockiert. Da wir aber in Proxmox überhaupt keine weiteren Benutzer angelegt haben, läuft das erstmal über einen Root-Benutzer. Wenn ihr so ein System wirklich betreiben wollt, solltet ihr das auch absichern. Wir haben schon mal so eine Sicherheitsserie mit Jean, Micha und mir gemacht, wo so verschiedene Sachen zum Absichern von Systemen drin vorgekommen sind. Und da gibt es auch ein Video zum Thema, wie man SSH richtig absichert. Da würde man jetzt einen öffentlichen SSH-Schlüssel von dem kleinen System, von dem ich auf den Rechner zugreifen möchte, also auf den Proxmox zugreifen möchte, dort übertragen. Und dann würde ich die Passwort-Authentifizierung hinterher auch dicht machen. Also komplett deaktivieren, sodass ich auf den Root-Benutzer auf jeden Fall nicht mit dem Passwort komme. Ich könnte das Ganze auch noch weiter einschränken, indem ich mir einen neuen Benutzer anlege und ja, den Hut-Benutzer über SSH komplett deaktiviere und so weiter und so fort. Also das ist erst mal ziemlich unsicher, wie es aus der Tüte fällt, ist praktisch, aber unsicher. Genau, wenn ihr da mehr wissen wollt, dann guckt euch das Video aus dieser Serie mal an. Da ich mich jetzt das erste Mal mit diesem System hier verbinde, wird mir der SSH-Schlüssel von dem System als Fingerabdruck zurückgeworfen und den müsste ich jetzt auch einmal überprüfen, dass das soweit stimmt. Dazu habe ich auch schon mal was gemacht irgendwie. Es kommt mir so bekannt vor, dass ich es schon mal gemacht hätte, wie man das Ganze überprüft. Aber ich akzeptiere diesen Schlüssel jetzt. Da ist, ja, jetzt habe ich zu lange gezögert, zu viel geredet, also muss ich es noch mal machen und jetzt logge ich mich da wirklich drauf ein. Also ich müsste diesen Schlüssel hier oben einmal verifizieren, damit das Gegensystem, also das System auf der Gegenseite auch wirklich exakt das ist, mit dem ich rechne und das ich haben will, dass dann nicht einer auf dem Kabel dazwischen irgendwie lauscht und Daten verändert. Aber jetzt bin ich auch wirklich auf dem System drauf und habe auch Root-Rechte. Von daher kann ich jetzt diese einzelnen Befehle auch absetzen, die ich schon mal in der Folie vorgestellt habe und die ich mache erst mal ab. Und da dieser vorhin gestellte DNS-Server irgendwie nicht funktioniert, ich hätte jetzt gedacht, dass System D da irgendwie da einen betreibt, der im Zweifelsfall mit den Google-Servern läuft. Das hat nicht geklappt, also von daher muss ich einmal hier mal gucken, ob ich das so darf oder ob mir das gleich wieder weggeschrieben wird. Kann auch sein. Für kurze Zeit habe ich jetzt auf jeden Fall meinen DNS-Server, da auch funktioniert, eingetragen. dass ich mir einmal die Pakete von Debian und auch von, nee, also nur von Debian Proxmox funktioniert nicht. Diese eingestellte Paketfällenliste, diese Enterprise Proxmox kommen, dafür brauche ich wirklich diese Subscription, sonst funktioniert das nicht. Aber aus dem Debian-Repo kann ich mir alles dazu installieren, also auch hier mein Partit, was ich gleich brauche, um mir mal Informationen aufzulisten. So, und hier habe ich jetzt auch gleich das Kommando für alle vorhandenen Festplatten einmal durchgehen und auflisten, was dort ist. Ja, also das Erste, was mir jetzt auffällt, ist, dass auf allen Systemen hier so eine Grub-Partition angelegt ist. Dann haben wir hier eine V32-Partition, das ist für das EFI, obwohl ich hier ein BIOS-System habe, das ist auf allen gleich und der Rest ist dann ZFS. Das ist wahrscheinlich jetzt der Trick dabei, dass es auch bootfähig ist. Ansonsten bräuchten wir noch eine zusätzliche Boot-Festplatte, von der man das System hochfährt, aber indem Sie jetzt das Ganze, also hier den Grub und auch diese EFI-Partition auf alle Festplatten spiegeln, ist es denn auch egal, von welcher man bootet. ja gut, das ist eigentlich eine clevere Idee, wie man das auch machen kann. Dann das Nächste, was ich mir angucken wollte, ist dieser ZFS-Pool, da kann ich mir so Status-Informationen holen. Da habe ich jetzt hier die Information, also dass mein Pool hier online ist, das ist schon mal gut, gut, dass es ein RAID-Z2 ist und dass insgesamt vier Festplatten verbraucht werden, beziehungsweise die Partitionen und dass die alle online sind und das sieht alles gut aus. Also wir haben hier keine Probleme beim Lesen, beim Schreiben oder bei den Checksummen. Das ist schon mal gut. Dann das Nächste, was ich mir angucken wollte, ist noch mal weitere Informationen zum ZFS-System, was meine Schäden, da haben wir jetzt die verschiedenen Einhängepunkte, ach so, okay, gut, also was die, das, ah, jetzt, genau, jetzt weiß ich auch warum das so ist, also wir haben jetzt hier ungefähr zusammen 50 GB in diesem Pool drin, und dieser Pool wird noch mal aufgeteilt in Root und Data, also durch diese Redundanz, die wir haben, also durch den möglichen Ausfall von zwei Platten haben wir ja eine Redundanz von 50 GB, also von den 100, die wir als Rohkapazität hätten, bleibt bloß noch die Hälfte nach und das ist ungefähr das und durch diesen Pool wird der Speicher erst mal über Root und über Data zur Verfügung gestellt und von daher kann man jetzt gar keine wirkliche Aussage darüber machen wie viel Platz wir noch zur Verfügung haben, also es sieht ja erst mal so aus als ob wir in diesem Root Bereich 50 GB ungefähr noch zur Verfügung hätten also 44,4 und in dem anderen auch aber die teilen sich ja denselben Speicher in dem ZFS System also das kann so ein bisschen irreführend sein wenn man jetzt immer drauf guckt wenn ich hier jetzt keine Ahnung 4 GB Daten abgelegt habe dann kann ich die hier natürlich nicht machen also dann bin ich bei beiden auf 40,4 verfügbaren Platz mir eben zurückgesetzt so viel Speicher habe ich denn nur noch zur Verfügung weil sich ja zwei Mount Punkte aus dem selben ZFS Pool bedienen ja dann habe ich hier noch mal noch mehr Informationen holen mit diesem Befehl hier und da kriegen wir wirklich eine ganze Menge ja wirklich eine ganze Menge das ist noch mal sehr detailliert also wie viel hier verbraucht wird wann das angelegt wurde Quota Regeln Kompression Devices und so weiter und so fort ich scroll da mal langsam runter und wenn euch das interessiert dann drückt im Video einfach Pause und dann könnt ihr euch das noch mal genau angucken das ist so wie bei Adventures wo denn die die Streamer sagen ja ich lese das jetzt nicht mehr vor das ist mir zu viel Text wenn euch das interessiert dann drückt auf Pause und lest das selbst so ähnlich mache ich anliegen könnt mit verschiedenen Distributionen da wollte ich jetzt mal kurz reingucken was gibt es denn da aktuell jetzt genau gucken wir mal so jetzt bin ich wieder in der boxbox Oberfläche und damit ich überhaupt templates holen kann muss ich auf den speicher bereich hier gehen und gehe hier auf container templates dann meine hier ist das genau und das ist die liste mit den templates die ich runterladen kann und erst nachdem ich sie runtergeladen habe kann ich damit container anlegen also wir haben hier einmal open so zum beispiel debian irgendwie sortiert ich einmal linux 8 und 9 das ist schon mal gut alpine das haben wir uns mal im live stream angeguckt dann arch haben wir ein bisschen länger damit ihr mit der versionsnummer vielleicht mehr anfangen könnt also ich bin im arch universum nicht zu hause dann haben wir send os 7 8 stream stream 9 genau da hat sich einiges geändert also ich würde eher einmal linux oder rocci linux nehmen wenn ihr was in dem cent us ehemaligen cent us bereich machen wollt also in dem red hat universum dann haben wir natürlich debian 10 und 11 devuan ist letztendlich auch eine debian variante allerdings ohne system d habe ich mir auch mal irgendwann angeguckt ich weiß nicht ob es nach das 3 war oder das 4 schon ein bisschen her vielleicht auch mal wieder was neues zu dann haben wir fedora verschiedene varianten wobei hier das ja eine lts variante ist und das ist auch eine und die hier auch und die haben sogar 22 10 also die letzte große variante die ja also keine lts variante ist die relativ frisch ist wo neue software drin ist ja genau dann wenn ihr wollt klickt ihr auf herunterladen dann wird das runtergeladen und dann könnt ihr damit einen eigenen container aufmachen genau das wollte ich mir nochmal angucken und dann haben sie hier oben auch noch das proxmox mail gateway ich mir nie angeguckt ist vielleicht praktisch dass man darüber vielleicht diese warnungs mails verschicken lassen kann von proxmox vielleicht geht das einfach darüber ich weiß es nicht wäre eine coole Sache so das war es dann auch für dieses mal ich hoffe es hat euch geholfen ihr habt ein bisschen wiederum was gelernt ich habe was gelernt wir alle zusammen was man mit proxmox zfs und so weiter machen kann macht es nach macht es nicht nach je nachdem wie ihr es gerade braucht und ansonsten abonnieren Glocke drücken weitersagen ja like dings drücken wie auch immer und dann bis dann und tschüss